Da haben wir noch einen Herrn, ne? So, ein grünes, gelbes Gesicht, ja. Mit schöner Zeichnung, ne? Mit schöner Flügelzeichnung, ja. Bist du da, du? So, du? Alles gut, ja? So, Herr Vogel, alles ist gut, ne? Jetzt machen wir noch ein Bild. Dann kommst du auf die Seite, ne? Ja? Ja?